Yo Leute, was geht? Heute geht es einmal um Vanguard Zombies. Was werden wir in Season 4 bekommen und welche Leaks sind neu dazugekommen bezüglich Shinonuma, der rundenbasierten Karte, die dann sehr wahrscheinlich in Season 4 rauskommen wird. Falls ihr noch auf dem Kanal seid und keine Leaks mehr zu Vanguard Zombies oder Cold War Zombies oder in Zukunft dann MV2 verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da, das würde mich sehr freuen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Fangen wir damit an, was Treyarch uns schon bestätigt hat. Shinonuma, rundenbasiert, wurde am 14. April von Treyarch offiziell bestätigt in dem Blogpost, welcher besagt, was alles im Jahr 2022 passieren wird mit den ganzen Updates, die wir in Cold War bekommen haben und auch bekommen werden. Hierbei soll Shinonuma dann eine wirkliche, klassische, rundenbasierte Zombiemap werden. Das heißt, so wie wir das in der Vergangenheit hatten, dass man sich in mehreren Bereichen bewegen kann, dass man Wallbuys machen kann, also Wandwaffen kaufen kann, dass du Türen aufkaufen kannst, um einen neuen Bereich zu erreichen. Und natürlich, dass man eine Hauptquest hat, was wir, soweit ich weiß, noch nie auf Shinonuma hatten. Und noch ein paar Nebenquests, also sie sagen jetzt nicht unbedingt Easter Eggs, sondern Nebenquests und Hauptquests. Also können wir davon ausgehen, dass es so sein wird, wie, naja, ein Vanguard Zombies oder halt auch ein Cold War. Outbreak, da war ja auch immer von einer Hauptquest die Rede und nicht von einem Easter Egg an sich. Also es könnte eher auch in Richtung Outbreak irgendwie gehen, dass man, naja, so ein paar kleine Sachen machen muss, um dann einen Bossgegner vielleicht zu besiegen. Jedoch denke ich nicht, dass das allzu umfangreich wird. Wir werden sehr wahrscheinlich wieder auf der Schwierigkeit von den Easter Eggs von Cold War sein, vielleicht aber auch auf der Easter Eggs Schwierigkeit von Vanguard, was sehr, sehr schade wäre. Des Weiteren erzählen sie auch, dass es ein wenig dauern wird, bis das alles funktioniert, denn sie müssen ein komplett neues, rundenbasiertes Wellensystem, KI-Fahrtfindung, Zonensysteme, Schnellreisemechaniken und vieles mehr müssen sie hier in die Engine einbauen, denn wir haben ja hier die MW-Engine bzw. Vanguard-Engine und hier hatte man ja nie einen Zombie-Modus, weshalb sie hier alles nochmal neu entwickeln müssen und das Ganze ein wenig Zeit in Anspruch nimmt. Viele Leaks besagen, dass wir diese rundenbasierte Map zu Beginn von Season 4 bekommen werden Es kann aber auch möglicherweise sein, dass sie vielleicht ein, zwei Wochen später kommt oder auch zu Season 4 reloadet. Jedoch soll auch noch eine weitere rundenbasierte Map kommen mit dem Namen Codename Red, also möglicherweise eine der Anfang-Map oder eine Map, die auf den leeren Bereich von Terra Maledicta aufbaut. Aber da haben wir bis jetzt nur Gerüchte und keine richtigen Bestätigungen, was das sein wird. Jedenfalls wird dieses neue rundenbasierte System sehr wahrscheinlich sehr bug-anfällig sein, denn sie haben in sehr kurzer Zeit das Ganze dann auf die Beine gestellt mit einem kleinen Team und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es viele, viele Bugs geben wird. Ein paar weitere Dinge, die dann bei Shinonuma Reborn hinzukommen werden, ist eine neue Wunderwaffen-Quest. Also von einer neuen Wunderwaffe an sich wurde jetzt noch nicht gesprochen, nur für eine Quest für eine Wunderwaffe. Die klassische Floggerfalle kommt zurück, das ist diese Holzstammfalle, die die Zombies alle weggeschleudert hat. Zusätzlich sollen auch noch Elektroschock-Verteidigungen kommen, wie wir das damals in BO1 und World at War hatten. Diese Stromfallen denke ich mal. Zusätzlich überarbeitete Easter Eggs, hier wird also nochmal wirklich von Easter Eggs gesprochen, neue Pack-A-Punch-Tarnungen und eine neue Dark-Ether-Story für die Karte. Also auf jeden Fall sind es schon mal ein paar vielversprechende Sachen, die auf uns zukommen werden. Jedoch kann es möglicherweise sein, dass das Ganze nicht unseren Erwartungen entspricht. Deswegen würde ich hier noch erstmal die Erwartungen ein bisschen runterschrauben. Dennoch ist es auf jeden Fall viel, viel besser als gar kein Content. Und hier nochmal erneut von Treyarch selber geschrieben, diese Karte soll nach Abschluss der dritten Season zu Vanguard kommen. Und wir können es kaum erwarten, mehr zu teilen, wenn die Veröffentlichung näher rückt. Das heißt also, wenn diese Map zu Season 4, zum Beginn von Season 4 rauskommt, dann denke ich mal, werden wir ein, zwei Wochen vorher auch ein paar Trailer zu dieser Map bekommen, so wie wir das auch in Cold War Zombies hatten. Kann natürlich auch sein, dass sie auch einfach nur auf der Roadmap das Ganze anzeigen. Und dann kommt die Map raus und wir bekommen keine Trailer. Dieses Jahr ist es ein bisschen anders. Laut Paddle Pass soll die neue Season dann am 27. Juni beginnen. Und damit sollte dann auch Shino Numa rauskommen. Wir werden also in der Woche davor oder in zwei Wochen davor vielleicht die ersten Informationen zu Shino Numa Reborn bekommen. Jetzt schauen wir uns nochmal ein Leak von Magva News Network an. Eine wirklich seriöse Quelle, was Leaks angeht. Und sie sagen, dass Zabalas zurückkommt werden zu Shino Numa. Also die Gegner, die neu mit Terrak Maledicta dazugekommen sind, die extrem, extrem nervig sind, die aber auch einen Buff bekommen haben, den ich leider noch nicht getestet habe, weil ich Banger Zombies seit Ewigkeiten nicht mehr angerührt habe. Diese sollen zurückkommen. Die Frage ist, ob sie jede Runde kommen oder auch nur in einzelnen Runden, so wie wir das zum Beispiel mit den Megatons hatten auf die Maschine, die dann alle vier, fünf Runden oder so gekommen sind. Und ich würde auf jeden Fall hoffen, dass diese nur alle drei, vier Runden kommen und nicht jede Runde, weil dann könnte der rundenbasierte Zombie-Modus sehr, sehr lange dauern und ein bisschen nervig sein. Des Weiteren wird es diese Screamer Zombies, die Boom-Schreier, als einzelne Zombie-Runde geben, so wie wir das auf Mauer der Toten hatten mit den Peinigern. Diese gab es auch immer alle fünf Runden oder so. Und die haben im Prinzip dieselbe Fähigkeit wie so ein Boom-Schreier. Und die werden auch sozusagen die Hunde-Runden ersetzen. Des Weiteren werden wir auch den Rampage-Inducer bekommen. Also das ist der Krawallstarter. Wenn man den aktiviert, werden die Zombies viel, viel schneller. Also sie werden zu Supersprintern und somit werden auch die Runden viel, viel schneller. Und es wird auch wieder den Exfil geben. Also Exfiltration am Ende einer Runde, beziehungsweise ich glaube, es war immer so Runde 16, Runde 21, Runde 26. Kann hier auch wahrscheinlich anders sein. Das wird es auch wieder in Vanguard Zombies geben, beziehungsweise wird es neu dazugeben. Und es kommt auch noch eine neue Feldausrüstung, die wir natürlich auch aus Cold War schon kennen. Und zwar der rasende Wächter wird auch wieder als Feldausrüstung hinzukommen. Und somit haben wir, naja, sehr, sehr viele Funktionen von Cold War Zombies, die auf jeden Fall gut waren, die zurückkommen. Was ich hieran sehr spannend finde, ist, dass wir viele Sachen von Cold War bekommen, die ziemlich gut waren. Und möglicherweise könnten diese Dinge auch wieder für das nächste Zombie-COD hinzugefügt werden, was sehr, sehr, sehr nice wäre. Aber wir können erstmal abwarten, ob diese Sachen tatsächlich in das Spiel kommen. Diese News sind, wie gesagt, relativ seriös und kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das mit in das Spiel kommt. Und damit haben wir alles, was wir über Shino Numa Reborn wissen, jetzt einmal abgesprochen. Es werden wahrscheinlich auch nochmal mehr Sachen auftauchen. Ich werde euch da weiterhin auf dem Laufenden halten. Deswegen lasst gerne ein Abo da, lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr Vanguard Zombies nochmal installieren werdet, wenn dann wirklich eine rundenbasierte Zombie-Map rauskommt. Haut rein, bis zum nächsten Mal.